Hallo, guten Tag. Bin ich hier richtig bei Zauber? Ich hatte eine Zeitreise bestellt. Mein Name ist Frank Stolte von der Autobahnpolizei. Wow, das ist ja alles genau wie früher. Helikopter, Autos überall und Explosionen. Und hier sogar meine lieblingser Erinnerung von damals, als wir als Sevier noch angewärmt wurden und wir hinter einem bösen Onkel her waren, der an einem Autorransporter die Flucht ergriffen hatte. Wir hinterher und die Autos putzelten auf die Straße, aber wir haben ihn trotzdem gekriegt. Cooler ging es nicht oder cooler ging es damals nicht. Inzwischen habt ihr euch natürlich schwer gesteigert. Ich wünsche euch dafür weiterhin gutes Gelingen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, nochmal 25 Jahre. Euer Johannes Brandtrup.